Guten Morgen aus Berlin, es ist Sonntag, der 31. Juli 2016, also der letzte Tag im Monat Juli. Wir haben es 13.40 Uhr, es ist relativ spät, ich war auch relativ spät zu Hause, irgendwann um halb vier, glaube ich, oder um vier. Mich, ja, plagen momentan ein bisschen Kopfschmerzen, ich überlege noch, ob ich einfach nachher noch eine Paracetamole oder sowas einwerfe, weil irgendwie wird es nicht besser. Ich weiß nicht, ob das an der Wolkenfront liegt, die auf Berlin zufliegt und die dann wahrscheinlich entsprechend Regen und Abkühlung mit sich bringt, aber es drückt im Kopf und ich bin heute mit Kopfschmerz noch aufgewacht, das ist echt nicht schön. Ansonsten, was gibt es zu erzählen? Der Spielenachmittagabend gestern bei Andreas war ganz gut. Wir haben Brettspiele gespielt, wir haben auch ein bisschen Rollenspiel gespielt, wobei ich mich da immer ein bisschen schwer mit tue. Ja, ist halt eine Übungssache, denke ich mal, man kommt da mit der Zeit rein und das System, das man leitet, muss man irgendwie auch verstehen. Um es entsprechend gut rüberzubringen, aber ich glaube, der Nachmittagabend war gestern echt angenehm und ja, heute werde ich ein bisschen was erarbeiten noch. Zwei, drei Stunden muss ich auf jeden Fall noch an Sachen sitzen und dann mal gucken, wie es meinem Kopf danach geht, ob ich dann noch ein bisschen zocke. Eigentlich war gedacht oder angedacht, dass ich heute ein bisschen spiele noch, da ja die neue Glotze seit Freitag da ist und ich PC, nicht PC, Playstation oder Xbox spielen könnte, aber wie gesagt, momentan macht mir mein Kopf ein bisschen zu schaffen und ich hoffe, dass sich das ein bisschen entspannt, denn mit Kopfschmerzen werde ich keinesfalls irgendwie heute zocken, ist ja klar. Bringt ja nichts. Wir gucken mal, drückt mir mal die Daumen, dass es mir ein bisschen besser geht. Ich überlege noch, ob ich ein Video zu der 30-Tage-Vegetarisch-Challenge noch mache. Momentan fühle ich mich, wie gesagt, nicht so danach, aber mal gucken, was, wie gesagt, der Tag noch so bringt. Als kurzes Feedback vielleicht hier in meinem täglichen Vlog. Gestern Abend ist diese 30-Tage-Challenge umgegangen oder vorbeigegangen. Ja, war eigentlich relativ easy. Die erste Woche war nicht so angenehm, aber... Also angenehm, ich habe ja keine Schmerzen gehabt deswegen, aber bestimmte Sachen haben einem erstmal gefehlt. Aber das ging eigentlich relativ easy und vegetarisch sich zu ernähren ist eigentlich nicht das Problem. Ich habe zwei, dreimal die Situation gehabt, dass ich das völlig verdrängt oder vergessen habe, dass ich mir dann irgendwie was mit Fleisch bestellen wollte oder Wurst oder Fisch. Gestern wollte ich mir ein Fischbrötchen holen mittags und dachte mir so, ach scheiße, nee, ist ja noch nicht. Das ist dann ein bisschen aus den Gedanken verloren gegangen, aber ja, ich bin nicht einmal eingebrochen, das ist ganz gut. Und wie gesagt, das ist ja, glaube ich, im Vergleich zu veganen Leben zum Beispiel kein großer Akt. Und ja, wie gesagt, ich habe es jetzt geschafft, 30 Tage ohne Fleisch zu leben, habe zweieinhalb Kilo abgenommen dadurch noch. Kann mich also nicht beschweren und ja, kann es auch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Und wenn es nur eine Woche ist oder so, verzichtet halt ein bisschen mehr auf Fleisch. Und esst dafür vielleicht mehr Grönes oder Käse oder was auch immer. Gut, also dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag noch. Genießt den letzten Tag dieses Wochenendes und kommt morgen gut in die neue Woche und in den August. Und ich melde mich morgen vorhin bei euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.